Raffi, jetzt am Samstag steht das absolute Topspiel gegen die Adler & Dragons an. Wie sehr freust du dich darauf? Ja, ich freue mich, weil einfach die Hinrunde damit beendet ist und wir stehen sehr gut da. Und jetzt kommt meiner Meinung nach mit die beste Mannschaft zu uns. Und dann will man sich natürlich messen. Ist es auch auf dem Papier, wenn man sich die Kader anguckt, der Erste gegen den Zweiten? Nein, absolut nicht. Also ich glaube, wenn du alle Trainer vorher die Meinungen fragst, war Schalke niemals da oben zu suchen. Ich denke, wir sind die Überraschungsmannschaft. Wir stehen da oben, das ist eine Momentaufnahme. Ich persönlich habe keine Ahnung, wie lange wir da oben noch stehen werden. Aber die Spiele, die wir jetzt zu spielen haben, also den Gegner, der gehört definitiv auf jeden Fall zu den oberen zwei Mannschaften. Leon, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr freust du dich auf das Spiel gegen die Adler & Dragons? Ja, ganz klar eine Zwölf. Also wir freuen uns, das gesamte Team freut sich riesig drauf. So die Spiele sind immer ein Maßstab, wo wir jetzt auch stehen. Quyen, wie ist die Stimmung in der Mannschaft vor dem Spiel gegen Adler & Dragons? Die Stimmung ist gut, so wie immer. Wir freuen uns auf das Spiel am Samstag. Adler & Dragons kommt, die sind Zweiter wie Erster. Wir wollen uns mit den Besten messen und das wird sich am Samstag herausstellen. Genießt du denn trotzdem auch den Moment, dass man ja, egal wie das Spiel ausgeht, die Hinrunde auf jeden Fall als Erster abschließen wird? Ja, genießen schon. Aber ich bin immer, sagen wir mal, skeptisch. Denn es geht sehr, sehr schnell auch andersherum. Ein, zwei, drei, vier Niederlagen. Und du bist schon wieder da irgendwo im Mittelfeld oder schon in Richtung nach unten. Aber klar, ist das sehr schön. Wir haben wahnsinnig viel erreicht. Und ich glaube, dass keiner, also ich auch nicht, mit so einer Hinrunde gerechnet hätte. Was kann man tun, um die Adler & Dragons zu stoppen? Ja, wir müssen unser Spiel spielen. Wir durften uns nicht darauf einlassen, wie wir den Fehler in Rostock gemacht haben, dass wir am Anfang Rostocks Spiel gespielt haben. Weil dann haben wir verloren, wenn wir versuchen, mit Adler mitzuspielen. Die sind ein unglaublich starkes Team von außerhalb der Dreierlinie, was wir bis jetzt noch nicht sind. Aber wir sind halt in anderen Sachen stärker. Und wir müssen uns darauf verlassen und unser Spiel spielen. Und dann haben wir auch gute Chancen, das nach Hause zu schaukeln. Was genau macht die Adler & Dragons so stark? Ja, sie haben eine hervorragende erste Fünf. Da ist jeder auf seiner Position sehr, sehr gut. Sie sind individual mega gut. Sie können alle werfen. Sie sind auch in den Statistiken alle ganz weit vorne. Sie haben die beste Zweier-Statistik, die beste Dreier-Statistik. Sie sind in Offense gut, sie sind in Defense gut. Ihre Bankspieler, die also von der Bank kommen, erfüllen ihre Rolle hervorragend. Wie gesagt, sie haben Größe, Aufbauflügel. Sie haben sich an eine Mannschaft zusammengestellt, die aufsteigen will. Die Rahmenbedingungen haben sie sowieso. Also müssen sie eigentlich nach oben. Und ich glaube, sie stehen ganz gut unter Druck. Auf was wird es am Samstag ankommen? Auf harte Verteidigung. Adler ist ein erfahrenes Team. Wir sind alle gute Spieler. Aber wir haben auch sehr viele gute Spieler und werden zeigen, dass wir die bessere Mannschaft sind am Samstag. Was kann man tun, um so einen Fehlstart wie zum Beispiel gegen Cuxhaven zu vermeiden? Wir haben auf jeden Fall darüber geredet. Und ja, was kann man tun? Wir dürfen nicht so verschlafen aus der Kabine rauskommen am Anfang. Und das Spiel so starten, wir müssen ready sein von der ersten Sekunde an und unser Spiel spielen, wie schon gesagt. Und auch in Cuxhaven hatte ich das Gefühl, dass wir nicht mit unserem Spiel angefangen haben. Wir waren nicht aggressiv. Wir haben nicht gefeitet am Anfang, was dann am Ende besser aussah. Wir müssen von Anfang an 40 Minuten lang kämpfen, unser Spiel spielen. Kannst du verraten, wie man so eine Mannschaft stoppen kann? Indem man mehr Punkte macht als sie und weniger zulässt als sie. Also kein Einblick in deinen Matchplan? Nein, wir werden unser Spiel wie immer spielen. Ich hoffe, dass meine Mannschaft nicht den gleichen Fehler wie in Rostock macht, dass sie zu nervös ist, dass sie einfach weiß, dass unsere Stärken auszuspielen sind. Wir haben auch Stärken und wir sollten das Spiel versuchen, unseren Tempo zu spielen, unserem Stil. Und dann haben wir auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Chance, das Spiel zu gewinnen. Und insofern, ich denke, dass der Ausgang völlig offen ist. Wie wichtig wird auch die Unterstützung der Fans sein? Die Unterstützung der Fans ist immer wichtig. Unsere Fans sind immer da, immer laut. Und wir hoffen, dass am Wochenende genauso viele Fans hier da sind und die genauso laut sind und uns unterstützen. Adlen wird wahrscheinlich auch mit vielen Fans anreisen. Ja, ist das ein Faktor? Es ist für uns natürlich auch eine Motivation, aber ich denke, unsere Fans, so wie sie sich bisher präsentiert haben, sind stark genug, um da locker dagegen zu halten. Und sie haben uns auch in den vorherigen Spielen, wenn es nicht lief oder wenn es lief, getragen. Das heißt, die werden bestimmt wieder da sein. Da verlassen wir uns drauf. Wie sieht es beim Personal aus? Sind alle fit? Ja, es ist erstaunlich, weil das ist schon selten genug. Heute hat Thomas und sein zweites Training absolviert und CB hat gestern und heute wieder mittrainiert. Das MRT von CB sieht ganz gut aus. Es ist nichts Dramatisches. Er muss jetzt nur noch einfach wieder in Form kommen. Der hat jetzt fast zwei Wochen nicht trainiert und Thomas dasselbe. Also werden die noch ein bisschen Zeit brauchen, aber ich hoffe, dass wir alle zwölf Spiele an Bord haben. Bisher sind wir zu Hause ungeschlagen. Wird das auch am Samstag so sein? Ja. Wird das auch am Samstag so sein?